Warum denn ich? Äh, warum ich? Stern? Nein, nein! Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part, wollte ich sagen, ist aber falsch, zum zweiten Brett. Wir spielen wieder zu zweit. Logischerweise, ich bin heute mal als Link verkleidet. Was eigentlich für das Twilight Princess Projekt geplant ist. Aber ich finde, ich sehe irgendwie lustig damit aus. Vielleicht unterhält er den einen oder den anderen das. Wen will zu spielen? Ich bin diesmal Luigi. Ja? Ja. Dann spiele ich Yoshi. Oh, beide grünen. So, letztes Mal war Mario nicht dabei, ne? Ne. Ne. Mario und Mario waren nicht dabei. Du bist wieder dabei. Alle normal. Und wir spielen heute Peaches Geburtstagstorte. Ei. Das passt ganz gut. Nächste Woche Dienstag habe ich auch Geburtstag. Und da werden wir streamen. Oh ja. Dienstag oder am Wochenende? Vielleicht auch am Wochenende. Vielleicht ist es dann da. Mal Lucky Lucky machen. Happy Birthday. Zwischendurch muss ich nochmal ein bisschen den Sound einstellen. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob der so gut ist. Da ist Cooper. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Cooper und werde euch herumführen. Heute findet eine große Party statt. Die ist die Spitze einer längeren Geburtstagstorte. Es fehlen aber noch Dekorationen. Also helft, den Kuchen zu verenden und zu dekorieren. Vielleicht solltet ihr ihn mit Erdbeeren platzieren. Also dann, das ist die Staltradfolge bestürmt. Was ja eh betrug ist. Okay, ich bin Zweiter. Das gefällt mir. Oh, ich bin diesmal nicht Letzter. Ja, bis Dritter. Ja, wie gesagt, man kriegt wieder 10 Münzen. Und jetzt, zeig uns bitte, wo der Stern ist. Ist das einfach nur so ein Kreis? So schneckenförmig, so, dass wir dann laufen? Sieht so aus, ne? Aber man muss ja auch wieder zurückkommen. Also vermutlich. Es scheint nichts zu passieren. Stabil. Oh, wow. Ja, passiert wieder nichts? Okay. Aber anscheinend muss ich erst mal darauf klarkommen, dass du Luigi bist. Aber warum? Weil ich sonst aber Frauen spiele. Ja, normalerweise spiele ich immer Daisy oder Peach oder Donkey Kong. Spaß. So. Viel Player Games. Cool, man. Rennenbahn. Das Spiel kennen wir noch. Ja, was war das? Mit dem Kart. Mit der Carrera-Bahn. Och, nee. Mit dem Rücken und Loslassen. Wir haben das Spiel noch nicht so ganz verstanden. Ich weiß nur, wenn man zu viel schlittert, hat man verloren. Wie, ich hatte einen Fehlstart. Ah, perfekt. Ich sehe gerade, hinten hat man die beste Chance. Ich verstehe nicht, wie man hier aufholen kann. Ah, ich bin durchgedreht. Scheiße. Ah, so langsam habe ich es raus. Boah, ich war Zweiter, aber richtig knapp. Ich habe es leider etwas zu spät raus. Zehn Münzen für Wario. Aber er kommt nicht so weit. Natürlich, wenn sich wieder lustige Gelegenheiten bieten, schneide ich das natürlich wieder lustig. Auch wenn jeder Part ziemlich lustig ist. So schon. Er scheint nicht zu passieren. Richtig. Hä? Ich finde die Mucke voll angenehm. Jo. Schon wieder für Player-Game. Mhm. Schatztaucher. Was zur Hölle ist Schatztaucher? Tauche tief hinab und berge die Schatztum vom Meereskundrücker Augen zu tauchen. Also lenken und berge die Schatztum vom Meereskundrücker Augen zu tauchen. Also lenken und Beartrücken. Ja. Da gibt es auch so viele. Dann muss man schnell drücken. Scheint so. Ah, okay. Warum macht Wario nix. Yippie. Gibt man die Münzen auch wieder drinnen sind? Ja. Aber... Aber... Warte mal... In der Mitte müsste am meisten gehen. Ah, nein. Ah, nein. Da kommt ein Glut war... Nein. Boah, alter. Ich hab voll die großen Truhen. Nein. Mario hat mir die Truhe weggenommen. Was? Hallo. Ich war ja voll krass diesmal. 14. Ich hab 74 gelesen. Ja, ja. Da ist wieder die lange Zunge. Die magst du die lange Zunge, ne? Es scheint nichts zu passieren. Darauf gehe ich nicht weiter ein. Ja, warum passiert denn da was? Da passiert nichts. Ach so. Ja. Die ganze Zeit nicht. Vielleicht passiert ja irgendwann was. So ein Zufallspiel. Mario. Ich hab nur 10. Ui. Das hab ich schon kurz aufgeholt. Hm. Naja, wir sind immer noch zusammen dritter. Soweit ich weiß, hat Steam Maps sogar geschafft ins neue Mario Party. Wüstensprint. Ja. Ja. Halt euch für ein Wüstenrennen. Wüstenski-Ski-Rennen in Teams aufbewegt. Den Analog stickt gleichzeitig in die gleiche Richtung. Ich zeig. Ja, rechts und links. Wer ist denn mit wem im Team? Ich weiß es nicht. Ich bin mit Yoshi und das Spiel lag. Wunderbar. Ah, das tut mir so leid, Leute. Au. Ah, das ist so eklig. An alle, die eine epileptische Krankheit haben, bitte weggucken. Ging nett, ich musste spielen. Oh. Wie, ihr kriegt Geld von uns. Ja. Die Mario Brothers. Das war cool. Nein. Blumenbatterie. Was? Lass uns schauen, welches... Oh, mies. Das ist schon cool. Oh, ich hab wieder 20 Münzen. Das freut mich. Oh, ich hab ne 8. Muss das jeder machen? Anscheinend. Ja. Ja. Ich hab ne grün. Weil du grün bist. Ja. Was hab ich gezogen? Oh. Du musst zu tot gehen. Oh. Zu schade. Du musst zu tot gehen. Das ist wirklich großes Pech. Hä? Hä? Warum ist das schade? Du kriegst ja ja die Sterne. Was? Das klingt eher so wie Ironie. Ich glaub das war Ironie. Weil Gumbas arbeiten für Bowser und ich hab das nicht verstanden. Oh. Diese Torte gebacken. Sieht nicht... Sieht sie nicht lecker aus. Ne. Es ist wie beim letzten Mal. Du kriegst als erstes einen Stern. Ich muss ne Runde aussetzen. Ach, die Torte ist immer da. Das ist immer Glücksspiel. Lol. Und die, die ablosen müssen zu Bowser. Oh. Du musst immer 10 Münzen. Und es gibt immer zwei Nieten und zwei gute, ne? Das heißt, beim nächsten Mal hab ich gelust, wenn das jetzt ein Traut ist. Ja. Ja, komm. Ja. Legt euch alle wieder mit mir an. Ich hab gar nichts gemacht. Warum tut mir das schon immer dasselbe an? Hm. Das letzte Mal hast du doch gewonnen. Ja, aber trotzdem wurde ich komplett hops genommen. Natürlich darf er noch mal. Der schafft er ja noch ne Runde. Unwahrscheinlich. 4-Player-Game. Hammer werfen. Kennen wir ja schon. Was ist das mit dem Hammer, Bro? Einfach Münzen sammeln und äh... Spenden. Aber denk dran, man kann runterfallen. Ja, ich bin das letzte Mal runtergesprungen. Start! Ey! Ach komm! Wieso springt ihr alle auf mich? Was hab ich euch getan? Ey, schon wie ich kein Sterne haben darf, dann gib mir wenigstens Geld. So. Perfekt. Ah! Nein! Komm, gib mir den noch. Mann. Oh. Ich glaub ich hab gar nichts gesammelt. Oh! Doch! Gar nicht gecheckt. Wie ladest du? Ein 5. Ja, du hast einen Sack bekommen. Ja. Chance Time! Oh mein Gott! Was denn jetzt? Jawoll! Nein, nicht gut. Ich hab so viele Münzen. Chance Time! Warum denn ich? Äh, warum ich? Stern? Nein! 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 Ja! Ich krieg meinen Stern! Nein! Wolltest du mich grad hauen? Ich hab keine fürnächsten. Ich hätte ihr gegen den Stuhl gehauen. Das ist gemein! Ey, wir sind beide grün. Schönen chill mal. Ich musste meinen Stern abgeben. Ich geh jetzt in die Ecke und heute. Mach das. Ich freu mich. Erst mal zu Bowser gehen. Ja, was willst du denn? Ich hab doch eh keine Wahl. Du lustiger Goomba. Zwei sind Bowser, zwei sind Toad. Safe. Nur einer ist Fake? Ja, dann krieg ich ja jetzt zwei Sterne. Ja, schön für dich. Ja. Ja. Der Abend ist schön. Aber es gibt noch mehr Chance Time Felder, also keine Sorge. Achja, du musst ja aussetzen. Ja. Jetzt bist du das Opfer. Aber letztes Mal hast du Opfer auch gewonnen, also... Ich bin optimistisch. Jetzt machst du Opfer auch gewonnen. Ich hab voll gedisst erst mal. Ozas Knallfall. Habt ihr das schon mal? Äh, ich glaube nicht. Doch. Mit der Pumpe. Pumpe. A B. Yes Sir. Bereit? Hast du verstanden? Mhm. Okay. Bisschen pumpen, bisschen pumpen. Wenn er pumpt mir auch. Warum ist er bei mir so langsam? Ja, wie schnell du wirst. Du musst ja die schöne richtig reinpumpen. Ja, das Spiel kann ich nicht so gut. Ja, auch nicht. Hallo? Der hat gerade gehangen. Ich bin ziemlich gut. Der bleibt gerade auch nicht drücken. Juhu. Du musst auch weh drücken. Ja, das ist ja weh. Achso, du musst auch A drücken. Ja, aber erst mal der hochgegangen ist. Oh, da runter. Muss ich A zum runter drücken und dann B zum hoch und dann A zum runter. Ich habe A und Z gedrückt. Ah. Du magst Süßigkeiten? Die habe ich mit A. A und Z wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ja, finde ich einfach. Ja. Oh, jetzt sucht mir einen Daumen. Das ist ja voll Glücksspiel, dass diese mit. Ja. Also immer nur einer Fake oder wie? Hoffentlich der. Ja, der kriegt jetzt auch noch einen Stern. Ich sage dir jetzt was. Am Ende, was hier passiert, das kann jeder gewinnen. Es gibt so viele Chance-Time-Felder. Ich habe bis jetzt schon zwei, drei gesehen. Und wenn ich jetzt zwei würfel, bin ich da wieder drauf. Komm. Oh. Ja, noch mal eins. Nein. Noch mal eins. Nein, 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 nein. Oh, hast du Glück. Da kann ja jeder drauf kommen. Ja, ich weiß. Ich darf wieder mitmachen. Eins, zwei, drei. Zwei. acer-Felder, wiehst du das? Oh, Dude. Aber, wie ist ja der inhalt wie viel zu aufgeben wird. touren-Felder sch impressiert. Ichésus-Felder. Die Pfeile weisen dir den Weg. Drücke wiederholt, Arm zu graben. Ob nicht sieht das nicht wieder aus wie Fappen? Ja, aber warte mal, welcher Pfeil denn? Ich hab so einen Triggerfinger, was das angeht. Aber hier ist gar kein Pfeil, hallo? Ja, Mario hat die Truhe. Minimal unfair. Hast du einen Kreis gekraben? Ja. Ich hab das Spiel... ehrlich gesagt, ich verstanden. Ich wusste nur, man muss graben. Ja, den Schatz suchen. Ich versuche, so klein zu sein. Jo. Ne Dry. Sorry, ich sehe nichts. Erstmal eine Zehn geruchelt. Ich war gerade fernab allem Möglichen. Ja. Ja. Ich bin aber immer noch dritter. Noch. Ja. Minzblockblitz. Was ist das für ein Spaß? Hä, das kennen wir doch. Nur dies machst du das ohne Hammer. Gut. Spiele sich irgendwie lustig aus. Boah, schon wieder so ein Bail, alter. Ach, dieser. Mit dem Mensch. Mario, hör doch mal ab, man. Ich hab' ich hab' geboxt. Ich hab' geboxt. Ich hab' bario als Trampolin genutzt. Der hat mich vorhin weggeschubst. Einfach so. Sieben. Mit einer sieben bin ich zufrieden. Und er muss aussetzen, das ist schön. Oh, ne 10. Was ist hier los? Da waren aber viele Fragezeichen. Oh, Mini-Ochi auf der Torte. Ui. Schau mal das Ochi. Da. Ui. Und Mario. Das ist cool. Und Luigi. Und Donkey Kong. Das sind alles Mario-Party-Charakter wahrscheinlich. Uh. Hoffentlich Bowser. Das ist Bowser. Das ist Bowser-Sein. Der nimmt den grünen Samen. Das ist mies, ne? In der nächsten Runde kann alles entscheiden, wer da ist. Gleiches 50-50 Chance. Aber Mario hat ja auch schon einen Stern. Ja. Ich hab' nur keinen Dank dir. Nicht dank mir die Luigi schuld. Äh, ne der andere. Wario. Ja. Boxenhaufen Wahnsinn. Oh, darf ich dich boxen? Nein. Ich noch mal. Ich verschmettere die Stapel der Blöcke und sammle darin die versteckten Münzen. Bilden, springen, angreifen. Start. Wow, wow, wow. Mario hat erstmal drei Säcke rausgeholt. Oh, oh, oh. Ey, ihr seid so gierig, man. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hab. Ich auch nicht. 13. Oh, ich hab's doch. Alter, 17. Oder bis letzter. Ja. Ich mag das Spiel mich absolut nicht. Okay, das letzte Mal auch nicht, aber ich komplett letzter. Ja. Aber mich auslachen. Guck, alle ne 1 bis jetzt. Ja, Mario wird so krass supported. Und du nicht, oder was? Ich auch ein bisschen. Guck dir das mal an. Wer darf nochmal? Joa, ich darf auch nochmal Geld verdienen. Was ist das denn?